Die Estonia, die Ex von Valdesk... Okay, okay, okay! Wenn keiner Dummheit macht, da wird dir niemand was passieren! Alles auf den Boden! Es ist eine Bombe an Bord. Heute Nacht wird die Route ein klein wenig verändert. Nach einem kurzen Telefonat mit der Bundesrepublik Deutschland werden wir uns vielleicht bereits morgen früh wieder von Ihnen verabschieden. Und Sie können Ihre Reise in Ruhe fortsetzen. Hey du! Zu euch zwei Idioten komme ich später runter, habe ich gesagt. Langsam reiten, Cowboy! Na los! Schieß doch! Hey, hör auf! Brennst du! Du traust dich doch sowieso nicht! Schau mich an! Komm! Gib mich die Waffe! Was? Leil ihn ab! Nein! Leil ihn ab! Mach das weg! Du Idiot! Mein Idiot! Lass mich laut! Lass mich laut! Lass mich laut! Oh, krass alter! Was war denn des? Drei. Die Waffe!